Das Wechselspiel an den Märkten geht weiter. Es ist Wahnsinn. Wir haben eine ganze Menge Nachrichten, die reinkommen. Immer wieder, ja, das wird ganz schlimm in der Ukraine. Jetzt die letzten Nachrichten. Nein, es entspannt sich. Die Russen ziehen wieder ab. Ich frage mich, was morgen wieder sein wird. Irgendwas ist immer und wird dann auf die Märkte pushen. Deshalb ist es für mich interessant, als Händler eben zu gucken, wie reagiert der Markt da drauf? Reagiert er auf die Nachrichten zögerlich? Reagiert er begeistert? Wie sieht das Ganze im Gesamtbild aus? Und ihr seht das hier schon um 4 Stunden Chart oder um 15 Minuten Chart beim DAX. Die Bewegung ist wunderschön nach oben. So sieht das aus, wenn der Markt vorläufig erstmal überzeugt ist. Das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Der Teil gefällt mir. Können wir jetzt also davon ausgehen, dass endlich DAX auf 20.000 geht? Nee, das ist mit dieser Aussage hier nicht zu machen. Nach wie vor gilt, was ich ja im Wochenendvideo auch angedeutet habe, dass diese Chance nicht schlecht ist, dass der Kurs auch nochmal da unten reingeht. Er muss es natürlich nicht. Wir sind ja quasi nochmal an die Oberseite herangelaufen. Theoretisch hätte er alles, was er braucht. Das, was wir hier sehen, ist kein Beweis, dass der Kurs jetzt nach oben gehen muss und zwar weit nach oben gehen muss. Es ist aber aktuell das Zeichen, dass die Marktteilnehmer vorzüglich stark auf dem Weg nach oben sind. So weit, so langweilig. Das ist nichts Neues. Das hatten wir doch immer wieder mal. Richtig, aber was leiten wir als Händler daraus ab? Für uns ist ja immer die Entscheidung, ja, drüber diskutieren ist nett, aber was soll man denn dann konkret tun? Also, wenn ich so etwas sehe, dann bin ich vorzüglich auf der Long-Seite orientiert. Also vorzugsweise suche ich mir etwas, was auf der Long-Seite ist, denn wir haben die starke Bewegung nach oben sogar steiler als das Blaue, was ich hier jetzt gezeichnet habe. Das heißt, wann immer ich irgendeine Pause sehe im Markt, also das heißt eine Abwärtsbewegung, die im Verhältnis schwach ist, hier haben wir sowas zum Beispiel als eine Möglichkeit. Dann, oder hier jetzt sogar noch ein bisschen intensiver. Wenn wir sowas sehen, dann haben wir, nehmen wir mal an, wir sehen das dann hier im Laufe der Zeit. Dann haben wir eine sehr gute Chance, dass sich das fortsetzt und dann können wir gucken, was passiert, wenn der Kurs diese Strecke nochmal, also das, was wir vorne haben, da hinten nochmal in etwa gemacht hat. Dann wird neu entschieden, ob der Markt dann kräftig genug ist und weiterläuft oder ob der Markt ein bisschen Pause macht oder ob er sogar stark dreht. Aber auch das lässt sich wieder sehr leicht mit bloßem Auge erkennen. Natürlich leider nicht am höchsten Punkt. Viele sagen sich, ja, aber da habe ich doch schon wieder was verpasst. Ja gut, das wäre jetzt natürlich zu schön, wenn ich an dieser Stelle genau an diesem höchsten Punkt, wo auch immer der jetzt exakt liegen wird, dann erkennen kann, was als nächstes passiert. Ich werde wohl das, ein Teil dieser Abwärtsbewegung oder ein Teil der Fortsetzung abwarten müssen, um da Klarheit zu haben. Das ist der Nachteil. Wir werden also niemals am tiefsten Punkt immer reinkommen und am höchsten Punkt immer rauskommen, wo auch immer das gewesen sein mag, hier jetzt zum Beispiel in der jüngeren Vergangenheit. Aber es gibt uns eine Indikation, wenn wir irgendwas Scharfes haben, wenn wir irgendwas ABC-mäßiges haben, wenn wir darüber triggern, long. Triggern wir nicht darüber, natürlich nicht long, ist ja klar, sondern dann eher nochmal auf der entsprechend anderen Seite sich nochmal zu beschäftigen. Also aktuell, das jüngste Bild sieht eher positiv aus. Jetzt wäre es mir allerdings durchaus recht, ich mag da völlig alleine stehen, aber mir wäre es recht, wenn der Markt ein bisschen mal zurückkäme. Und das meine ich nicht aus Boshaftigkeit, sondern im Gegenteil, als Bestätigung. Wenn er nämlich jetzt hier tatsächlich mal das macht, dann wüsste ich, ah, guck mal hier, das war doch die starke Seite und dann ist wieder alles safe. Dann bin ich noch begeisterter für die Long-Seite und kann dann entsprechend da einsteigen, wo es eben diese Zwischenhochs gibt. Ich rechne jetzt langsam aber sicher damit, aber vorsichtig, langsam aber sicher damit rechnen heißt noch längst nicht, dass das dann auch in diesem Moment passiert. Ich habe ja immer komische Beispiele, stellt euch vor, ihr habt Kinder und sagt, so langsam rechne ich, dass mein Sohn, meine Tochter nach Hause kommt. Das heißt noch lange nicht, dass das jetzt passieren muss, kann locker noch ein bisschen dauern. Sprich, dass das Ganze sich noch nach oben fortsetzt. Aber nichtsdestotrotz, diese Rücksetzer-Situation, die wird früher oder später kommen und dann das Ganze eben untermauern, wenn sie so aussieht. Oder völlig falsifizieren. Im Sinne von, Rüdiger, du hast keine Ahnung, wir sind so unterwegs. Das kann durchaus passieren. Lasst euch irgendeine schlechte Nachricht einfallen, der Markt reagiert böse drauf. Es liegt also nicht in meiner Macht, vorherzusagen, ob das als nächstes passiert oder das. Putin ruft nicht vorher bei mir an und Biden auch nicht. Also insofern kriege ich das Ganze auch erst mit, wenn es irgendwie passiert. Ich sehe aber den Unterschied zwischen so einer Bewegung und so einer Bewegung und kann dann entsprechend eher ableiten, was ich bei Brüchen machen muss. Oder eben, wenn das gar nicht passiert, sondern der Markt eben so steil nach unten ist. Ja gut, dann wo soll ich denn da long gehen? Wir haben ja diese Möglichkeit dieses Aufsetzens nicht. Und wenn dann im Gegenteil die Aufwärtsbewegung wieder schwach ist. Naja, dann in Gottes Namen gehen wir halt da nochmal short. Meine Güte, vielleicht geht es dann doch nochmal da in die Kiste rein. Also, ihr seht, aktuelles Bild für den heutigen Nachmittag ist grundsätzlich positiv. Aber ich muss immer vorsichtig sein mit der Wortwahl. Das heißt nicht, dass der heutige Nachmittag zwangsweise jetzt nur nach oben geht. Auch das wäre möglich. Und das wäre immer noch das positive Bild. Ich habe es jetzt mehrmals schon erklärt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auch wenn der Kurs dann erstmal an Höhe verloren hat. Er hat es auf so eine charmante Art und Weise gemacht, dass man sagt, na, böse sein können wir eben nicht. Die Marktteilnehmer bauen hier keinen Druck auf. Das ist einfach Päuschen. Wollen wir mal kurz warten? Ja, komm, warten wir nochmal. So in der Richtung. Ja, ein bisschen Gewinne mitnehmen und dann nachher wieder eben reinkommen. Das ist quasi das, was man eigentlich erwarten sollte aus den Märkten. Gucken wir auf die Amerikaner. Schauen wir uns das mal an, wie das hier aussieht. Auch hier ist das jüngste Bild jetzt hier ja aufwärts gerichtet. Also zumindest mal so dieser Arm. Wenn ich mir das angucke hier, dieses Teilstück und dann diese Geschichte hier. Ich muss gestehen, so richtig geil fand ich das nicht, wenn das so buschig da vorne ist. Das ist aber jetzt eine persönliche Geschmackssache. Ich sehe allerdings, dass das viel interessanter ist als das. Also insofern ist die Aufwärtstendenz schon zu erkennen. Aber wenn ich mir was wünschen darf, habe ich es hier vorne etwas weniger zauderig, sondern etwas klarer von der Aussage lieber als das, was wir hier haben. Aber sobald ihr unterscheiden könnt, dieses Teilstück war aufwärts, dieses Teilstück ist abwärts. Wie ist die Struktur? Welche ist länger, welche ist steiler, welche und so weiter. Dann habt ihr eine ungefähre Idee, mit was ihr rechnen müsst. Das wird nicht immer perfekt sein. Bitte geht nicht davon aus, nur weil ich das jetzt hier mit blau mal schön reinzeichne, dass das dann immer genau so perfekt aussieht und ihr sagt, jedes Mal erkenne ich das und jedes Mal trade ich das. Ich verpasse ganz häufig solche Bewegungen, aber nicht immer. Und wenn ich solche Bewegungen eben sehe und mitnehmen kann, dann ist das der Hintergedanke an dieser Geschichte, diesen Trend gegebenenfalls nochmal fortzusetzen. Also in diesem kleinen Bild ist es das Gleiche. Ich muss allerdings sagen, dass ich auch hier noch nicht so 100% glücklich bin. Das ist jetzt also super mega bullish. Ich weiß es nicht. Wir haben darüber gesprochen. Es ist durchaus denkbar, dass wir hier so ein Fünfweller da haben und jetzt hier vielleicht auch das als Korrektur oder vielleicht kommt nochmal etwas als Korrektur und dann die Fortsetzung. Also ich muss sagen, ich bin da noch etwas zerrissen. Auf der anderen Seite das Ding per se sieht jetzt auch nicht so besonders toll aus und ich möchte eigentlich nicht mehr unbedingt, zumindest aus bullischer Sicht, dass er diese Marke durchstößt. Das ist allerdings ein blöder Short Entry. Also bitte nicht jetzt diese Tiefs als Short Entry unbedingt nehmen. 33.600 hier beim Dow Jones Future. Denn das ist nicht weit genug von der Zielgröße. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, nämlich den viele nicht auf dem Plan haben. Die sagen immer, du liegst ja oft falsch. Also das sagen nicht so viele, aber wer es dann eben sagt, natürlich liegt es natürlich regelmäßig falsch, aber deshalb ist es so wichtig mit dem CRV, mit der Chancen-Risiko-Relation, wie viel gewinne ich, wenn ich richtig liege, wie viel verliere ich, wenn ich falsch liege und solange das zu meinen Gunsten ja ist, dann kann ich mir da, muss ich mir nicht so viel Sorgen machen, sondern kann ich dann sagen, okay, probieren wir das mal aus. Der S&P 500 ist ziemlich ähnlich aktuell, also aktuell sehr, sehr auf Dow getrimmt, nicht so sehr auf Nasdaq. Wir hatten neulich noch sehr starke Nasdaq-Affinität. Jetzt ist es eher eigentlich so, was den Dow angeht. Wenn ich mir dieses Bewegungsmuster angucke, hier muss ich euch das nicht zeigen. Es ist quasi genau das Gleiche. In schwarz gucken wir uns den Nasdaq dagegen an. Da ist dieses Bild noch schwächer. Das fängt schon damit an, dass das eben tatsächlich nur dreiwellig war. Jetzt sind wir zwar hier runter, auch das ist noch möglich, dass sowas passiert, aber nichtsdestotrotz, es bleibt alles korrektiv anmutend. Also im Moment bin ich im Übergeordneten nicht wirklich glücklich, was die Nasdaq angeht. Ich habe nicht den Eindruck, dass das wirklich begeisterte Marktteilnehmer sind, die da jetzt gerade kaufen. Auch wenn der Kurs jetzt nach oben geht, auch hier gilt aktuell, wackelige Rücksetzer führen nach oben. Kein Problem, halte ich nichts oder habe ich nichts dagegen, dass das passiert, auch wenn es irgendwie so nochmal läuft. Aber insgesamt diese Bewegung, muss ich ganz ehrlich sagen, mit den dreiwellig vorne, in der Mitte und was auch immer hier hinten kommen mag, ist noch nicht so 100% überzeugend aus meiner Sicht und deshalb mit Vorsicht zu genießen. Das gleiche gilt übrigens auch für den Russell 2000 hier, auch der Märzkontrakt, ihr seht dieser und dieser Rücksetzer, das ist sowas von Kursüberschneidend, das ist sowas von korrektiv anmutend, dass ich nicht den Eindruck habe, dass das schon gute Launekurse sind und ich sehe die Gefahr, dass der Kurs so runterkommt. Das ist eine Fehlannahme, die viele haben. Ja, er nimmt an, dass der Kurs runterkommt, also short. Ja, vorsichtig. Im Moment muss ich sagen, dass diese immer noch steiler ist als das hier. Das ist ein Dreiweller runter. Also so eine Bewegung würde mich überhaupt nicht wundern, dass der Kurs dann erst nach unten kommt. Warum das Ganze? Gucken wir nochmal drauf. Die Abwärtsbewegung, die wir hier haben, diese hier, ist im Wesentlichen dreiwellig oder irgendwie korrektiv mit vielen Kursüberschneidungen. Also diese Abwärtsbewegung macht im Moment nicht den vorzüglichen Eindruck, dass der Kurs nach unten will. Nee, muss ich sagen, sehe ich da nicht. Ich sehe eher noch, dass der Markt durchaus den Wunsch hat, den Willen hat, nach oben nochmal zu gehen, aber eben hier entschieden wird. Ihr seht, ich habe es beim DAX gezeigt, ich habe es eben bei den Amerikanern, bei den anderen Amerikanern ein bisschen gezeigt, aufwärts durchaus noch so die Tendenz im Kleinen mit Rücksetzern, okay, aber egal wie, das Bild ist noch nicht der Burner, um wirklich zu sagen, das ist jetzt der Bullen-Run schlechthin. Das heißt natürlich leider nicht, dass der Kurs nicht nach oben explodieren kann. Wer weiß schon, was morgen ist. Das heißt allerdings schon, dass aktuell das Bild nicht danach schreit, im Sinne von, wir müssen jetzt long. Die Marktteilnehmer verhalten sich aktuell zumindest mal zu vorsichtig dafür. Deshalb ist das nicht unbedingt das vorrangige Bild aus dem Übergeordneten heraus. Wer also längerfristig und nicht so häufig mal drauf gucken will, für den ist wohl oder übel noch abwarten angesagt oder aber wer schon aktiv wird, das Risiko, dass er eben doch nochmal tiefer geht und sagt, noch einmal geht noch nach unten, denn das ist eher noch korrektiv anmutend. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.